Ja, dann darf ich euch recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Wichtiger Hinweis nach wie vor und vor allem wie gewohnt um 14.15 Uhr unser Börsenformat Zertifikate Trade des Tages. Da wollen wir euch nochmal alle soweit begrüßen, weil es gibt heute jede Menge nochmal zu besprechen, was die einzelnen Aktienpositionen betreffen, was die einzelnen Indizes betreffen, die wir auch gestern soweit erst einmal geschlossen haben und vor allem aber auch um den Ölpreis, den Bitcoin, den wir aufgenommen haben. Also viele spannende Werte. Deswegen schaltet auf jeden Fall rein. Die Registrierung ist nach wie vor kostenfrei. Ja, es geht also um den DAX heute im Speziellen. Da haben wir schon im gestrigen Handelsverlauf sowohl bei den US-amerikanischen Indizes als aber auch beim DAX selbst in den letzten zwei Handelstagen eine Konsolidierung gesehen, die schon etwas ausgedehnter war. Der DAX selbst konnte in der Tiefe knapp bis 10.180 ausgedehnt werden. Der Dow Jones ebenfalls etwas signifikanter unter der Marke von 24.000. Das Tief hatten wir hier zwischenzeitlich knapp bei 23.800 Punkte soweit gesetzt. Ja, jetzt die alles entscheidende Frage, was das aus charttechnischer Sicht alles schon soweit gewesen ist und werden wir jetzt tendenziell nochmal weiter nach oben ziehen. Deswegen werden wir das Thema auf jeden Fall um 14.15 Uhr ausführlich gemeinsam miteinander besprechen. Und bevor wir beginnen, lasst uns am besten hier kurz nochmal einen Überblick auf die gesamten Werte schauen. Wir haben den DAX jetzt aktuell sage und schreibe fast bei 10.530 mit einem guten Aufschlag von fast zwei Prozent. Wir haben den Dow Jones ebenfalls im positiven Bereich knapp bei 23.700. Wir haben den Goldpreis ebenfalls sehr stark mit viel Momentum in den letzten zwei Handelstagen auf aktuell 1.736. Da sind wir gerade dabei, nochmal das Jahreshoch anzutesten Richtung 1.750. Wenn das rausgenommen wird, bleibt natürlich die alles entscheidende Frage, ist das der Startschuss Richtung der Rekordhöchststände um 1.900 Dollar? Ja oder nein? Da werden wir wie gesagt heute auf jeden Fall das Thema nochmal aufgreifen. Ansonsten Euro ging über den Dollar im Moment knapp bei 1.08 und last but not least der Bitcoin zwischenzeitlich gestern knapp bei 10.000 Dollar gewesen. Jetzt aktuell um der Marke knapp bei 9.600 Dollar. Also auch da sehr viel Bewegung in den letzten Tagen. Lasst uns am besten mal einen Blick auf den DAX werfen, weil es geht hier um den Fahrplan, den wir auch schon in den letzten Tagen immer wiederkehrend soweit besprochen haben. Ihr seht relativ gut, dass es hier also um fünf Hauptmarken geht, die wir auch mit unter anderem für unsere Heavy Traders Zuschauer börsentäglich immer wiederkehrend besprechen, sowohl im Morning Call als aber auch bei uns in der Schlussglocke. Wir haben gestern Abend auch nochmal ein Bewegungstief erwartet oder anders formuliert in den letzten Handelstagen, dass die Ziele Richtung 10.350 geführt werden und wichtig war diese Marke, wenn sie natürlich verletzt wird auf der Unterseite, dass es durchaus nochmal richtig wegdrücken kann, um da wirklich komplett auch alle Stops rauszuholen. Mit anderen Worten Liquidität weiterhin zu suchen. Wichtig war, wir haben die Marke relativ schnell gestern Abend nachbörslich von 10.350 rausgenommen und auch hier haben wir schon bereits für unsere Heavy Traders Zuschauer und Plusmitglieder den Hinweis gegeben, dass die nächste Zielprojektion aktuell knapp bei 10.550 notiert. Wir waren jetzt auch eben gerade kurz davor gewesen, das Bewegungshoch lag also knapp bei 10.500 und knapp 40 Zähler auf der Oberseite. Das ist jetzt die entscheidende Frage. Der Dreh- und Angelpunkt jetzt im DAX ist bei uns so die Marke zwischen 10.350 beziehungsweise 10.400 Punkte, die eine sehr große Aussagekraft hat und die wir auch in den nächsten Tagen mit Sicherheit etwas stärker nochmal beobachten werden und da unsere Handelsidee beziehungsweise auch ein Strategie-Trade umsetzen möchten für den Lauf der kommenden Handelstage beziehungsweise auch eventuell Wochen und favorisiert eventuell sogar das letzte Bewegungshoch, um knapp 11.000 Punkte da oben auf der Oberseite auch soweit anzusteuern. Soviel erstmal aus der charttechnischen Seite. Ich habe jetzt diesbezüglich oder haben wir heute nochmal uns ausführlich soweit beraten. Wir haben gestern sehr viel Bewegung gesehen. Die Situation war noch nicht so ganz eindeutig gewesen, aber mit dem Startschuss dann nach 17.30 Uhr und respektive natürlich dem heutigen Handelstag gibt es da ein bisschen auch mehr Klarheit seitens der Aktivität an dem Terminmarkt, wo hier entsprechend auch Liquidität wieder stärker in die Märkte zurückgeführt worden ist. Deswegen gibt es das Zertifikat, was wir uns auf jeden Fall mal in die Watchliste soweit reingenommen haben, beobachten werden und entsprechend auch hier ein tiefes Limit in den Markt reinwerfen werden, um entsprechend eventuell nächste Woche nochmal besser reinzukommen. Und da geht es also um das Zertifikat. Das ist also ein Call von Goldman Sachs mit der Wertpapier-Kennnummer Gustav Cesar 0 Xaver Quelle 9 und der aktuelle Briefkurs, also Kaufkurs liegt im Moment knapp bei 21.02. Der Schein hat auch einen guten Hebel von 5. Da werden wir aber relativ einen engen Stop setzen und deswegen schaltet auf jeden Fall mit rein. Und der Heavy Traders Punkt live um 14.15 Uhr. Die Registrierung ist nach wie vor kostenfrei. Und da werden wir noch viele Details ausführlich und gemeinsam miteinander besprechen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.